Ah, ohne Messer ist halt, können wir nichts machen. Wir müssen ja diese Spitzenschläge wenigstens abwehren. Wenigstens die und ich kann mich zum Anfang treffen lassen von ihm. Hallo YouTube und hallo liebe Zuschauer. Hi! Na, wie geht's euch jetzt? Das ist gut bei euch, ich bin's wieder. Da haben wir euer Bär-Kroate und wir zocken wieder Resident Evil 4 weiter. Weiß, ich glaube es hängt euch schon zum Halse raus, ne? Ich kann's ja auch irgendwo nachvollziehen, aber ich möchte das Spiel eigentlich durchspielen. Und ich spiel sogar noch auf Veteran-Hardcore, ja? Also ich tue mir diesen schweren Schwierigkeitsgrad an. Ich hätte einfach nochmal spielen können, da wäre ich bestimmt in Sekunden durch gewesen. Nein, doch! Oh nein, das kann ich nicht bringen, weißt du? Ich will lieber ein bisschen Herausforderungen haben beim Spielen. Nicht einfach durchlaufen, wie die anderen Leute, die das immer so machen. Kein Bock irgendwie, ne? Irgendwie was schweres zu machen. Immer nur leicht, leicht, leicht. Nicht mit mir, Leute, nicht mit mir. Ja, ich verrate euch nicht, was rankommt. Ihr wisst, dass ich in der letzten Folge bei Krauser war, darauf verkackt habe. Lösch dich! Wie es weiter geht, seht ihr nach dem Intro? Also würde ich sagen, bleibt dran! Aber mein ganzes Zweifel, ich vergesse, dass es hier gleich weitergeht, fuck! Oh Gott! Oha, okay, gut! Super, ich bin... Äh, hoch da! Uiuiui! Okay, gut! Das hat schon mal... Hehehehe! Äh, erstmal willkommen, ne? Fakt ist wieder hier sofort... Hab das voll vergessen, dass es hier sowieso wieder sofort weitergeht. Hahaha! Hahaha! Jetzt kann man nicht blocken, den Schlag kann man nicht blocken. Was? dieses misskind das ist so ätzend das problem ist ja du kannst halt nur den spitze die spitze dings abwehren mit besser handel kannst du nicht abwehren nein das ist genau das was ich meine das aber jetzt kann man nicht verteidigen das ist schlecht wir können nichts mehr machen dagegen wenn er uns so angreift ja leider das war knapp und noch eine kiste weg müssen wir raus auf jeden Fall von ihm eine ahnung wie oft hier wieder treffen müssen da kommst du und hoch wir können dem nacken auch nicht zu machen weil wir kein messer mehr haben wir haben das leider für unsere selbstverteidigung schützen müssen da hat er mich erwischt scheiße ok wir kommen hier raus wir haben keine hier muss man hier mit der strom finde ich habe ich bearbeiten war ok hilft auch nicht komm 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 freikämpfen 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 mein los ok wir können nicht sagen wir kein messer haben sehr gut ohne messer ist halt können wir nichts machen wir müssen ja diese spitzen schläge wenigstens abwehren wenigstens die und nicht gleich zum anfang treffen lassen von ihm ach man das ist ein arschloch wirklich so schwer einfach so schwer du war was einer der wir kommen noch mal raus nee ich benutze es besser nicht aber wir brauchen das war naja muss nachladen scheiße oh 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 come on ok ok er freut sich oft über den kampf die ganze zeit kann das sein das aber auch okay so was machen wir jetzt können wir noch irgendwie was herstellen was wir ihnen mit was wir ihm schaden können wir können höchstens auch welche granate herstellen blend können wir hinschmeißen trinkt die was ich weiß gar nicht ob die was bringt und hier haben wir noch können müssen polizeimulizieren pistolenmulizieren basteln da gibt es aber noch mal einen bonus drauf ok weg hier aber zu diesen wie hieß denn noch mal der wrestler macho man randy savage so wir essen mal ein grünes kraut zu und ja nein 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 das war mein fehler pack war klar dass der man Oh man! Ja! Ja man, wir haben ihn geschafft! Du, was du musst. Alter, er hat ihn doch jetzt den Gnadenschuss gegeben, krass! Was? Leon? Das hast du gemacht, Major. Das hast du gemacht. Oh, wir haben ein neues Messer bekommen, wie cool! Ich muss noch kurz was trinken. Ja, ich geh gleich weiter. Ich muss noch einen rechten Schluck nehmen, sonst... Mein Hals ist grad irgendwie... So, jetzt kann's weitergehen. Okay. Er hat uns nichts dargelassen, nur sein Messer... Ah, das ist mein... Ja, bestimmt an den Dings verkaufen, an den Händler. Keine Dings, keine Medaille, nix. Nach all dem, was wir jetzt hier erlebt und durchgemacht haben, gibt's nix. Keine Boss... Oh man! Aber gut, wir haben ihn geschafft. Ich bin echt froh, dass wir das geschafft haben, ey. Ich dachte echt, ich müsste jetzt von neu anerfangen. Kapitel 15, auf geht's, wa? Na, ha, 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 ha! Oha! Gibt's noch mal ein bisschen jetzt? Dankeschön, noch ein paar... Okay... Magnum haben wir nix, ne? Leider nix bekommen. Wie die auch geiern mit dem Schießbrüger, wirklich. Die geiern richtig da mit rum. Jetzt können wir den Tomio... Oh! Oh! Warte, bevor wir da rauf gucken. Ah, sehen Sie! Händler ist auch da. Hallo, Händler! Ach, das ist der Beginn von dem Ganzen, wo wir angefangen haben. Kann das sein? Ja, genau. Und hier ist ein Kistchen, was wir natürlich feinerweise sehen haben. Läuft doch ganz gut hier. Geben wir jetzt mal zum Händler runter. Hallo, Händler! Oder? Doch. Ne, nicht ganz. Achso, ne, wir können einfach nur... Ach, Mann, Damir, Alter, du... Das ist einfach nur ein Ausguckpunkt. Das ist keine nächste Videosequenz. Meine Güte. Einfach mal gucken. Gucken Sie mal rein. Oh, jetzt kann man nicht mehr gucken, oder was? Was kannst du eigentlich? Boah, jetzt habe ich's versaut. Jetzt können wir nicht mehr gucken, oder was? Ne. Ahaha. Ja, geil. Kommen wir jetzt hier hoch. Und wir können nicht mehr gucken. Toll. Ich bin so ein Idiot. Oh, Schutzfest ist wieder neu. Das ist aber nett gemacht. Danke. Ach, wir haben jetzt ein zweites Einsatzmesser. Guck mal. Das ist ja schon... Ei, ei, ei. Das ist ja schon viel krasser als das von Dings. Und warum können wir das nicht verkaufen? Da ist es. Einsatzkampfmesser. Okay. Jetzt haben wir zwei Messer, die uns retten können. Das ist doch schon mal sehr gut. Aber wir haben gar keine Kohle, um jetzt irgendwas Großartiges zu reißen. Also laufen wir weiter. Ach, guck mal. Hier ging alles so weiter. Das ist ja... Schön aufgebaut. Alles schon in Alarmbereitschaft, ha? Ja, ja. Ja. Der hier, ne? Den müssen wir abknallen. Oh. Hätten wir gar nicht schießen müssen, so. Oh. Oh, nice. Haben wir jetzt mal ein bisschen Spaß hier, ja? Okay. Okay. Come on, Lompa. Oha. Das war knapp. beinahe wer jetzt gestorben warum was denn eigentlich gegen frage ach man man das kriege von einem typen auf die fresse die ganze zeit oder was henna bleibt liegen arschgeig jetzt kriegt von so typen auf den sack oder was so dankeschön weg frei geballert das ist aber sehr gut viele gibt mich wieder von denen führt da wie viele arme sparen ja mussten daran glauben an diesem ganzen prozess kommen bestimmt noch ein paar mehr das war nicht ganz ruhig ein paar abfallern für mich wirklich ok nur passiert das bekommen nicht nett so gehen wir jetzt kommen immer die leiter hoch oder helikopter ist ja wirklich da ist der hälfte ein richtig gut und da was heute ich das gewusst man mann die ganzen spaß habe ich jetzt verpasst weil ich hier so gut und verpeilt bin man wir hätten so stimmte geld legen dann auf die typen da verlangen können naja und sagt man entweder bist du blind auf beiden augen oder nur einfach blöd aber nein ich habe verladen das wieder herstellen ja bitte wo wir können uns mal nee können wir nicht wenn wir keine blaue aber da will ich die ganze magne position herstellen und ich kann es nicht weil keine keine blauen rohstoffe kleinen rohstoffe oi 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 ok ja 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 und tschüss nice schön geiler sehr geil wir können roh wenn da schönes liegen schießpulver normal bekommen sehr gut und erster hilfe sprayers kriege ich noch alles schön halbiert hatte man nicht so schnell da bist du zu schnell lehren wir von 10 nicht von der helikopter so wieder hat man das motivieren lassen so hochheben lassen spaß cool und so nein wir müssen echt entspannt bleiben immer noch euphorie genau ja wir können uns nicht weiterhelfen oder nein das ist ein cooler typ ja wir kümmern uns drum alles gut aber nicht rein ob jetzt hier kann man nicht kommen wir jetzt hier rein okay gut gut finden schon der weg rein ist nieder ich höre sie nur aber wo sind zu werden war da hinten der muss ab brennen und der auch ach du scheiße oh nee kann ich hier machen ja dann muss ich mal so ok da habe ich jetzt selber gesehen geschlafen da kann man richtig viel gerade auf uns zu weil der turm uns ja genervt hat weil ich auf den turm jetzt so vergießt dadurch da reinkommen war der einfache weg geht wohl nicht dann gehen wir einfach hier lang keine ahnung wenn der wenger wo war der war 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 gut gerne diese misser oder auch noch einer so müssen wir heilen können wir gar nicht doch nur das spree am start ok super wo denn jemand hoch wo denn ich sie nicht naja wie wir kommen noch hoch na los die alle für uns ab sehr schön danke für die ganzen geht es aber gibt es auch nur kohle dafür weiter nach oben nach oben waren wir da schon dass wir sehen also das ton aufgemacht sehr gut oh scheiße okay oh man wir warten alle unten auf mich war ja ja ich hab doch nicht geschossen also weiter nachladen mal gucken was da hinten noch ist er möchte keine munition mehr es ist was machen wir jetzt hier weg was machen wir jetzt eine chance und haut auf munition noch nicht ganz wir haben noch nicht ganz verloren wir können hier herstellen ja haben wir noch irgendwas basteln nein kann nicht nein wir sind am arsch mann alter reicht das nicht endlich ok naja machen wir hier rein herstellen ja und da wir noch nicht rohstoffe natürlich nicht nur das können wir noch herstellen müssen das basteln ja ich weiß nicht wurde einer von schießt da oben mit der da war war ok noch einmal sein ok sagt das nicht runter geht aber hier oben ist ein gewehrmission wussten der penner der funktioniert schießt oberts hey alter geht nicht von da klar ok alles klar weg hier es läuft nicht gut für uns ok ein eindamer schon weniger oder bisher erledigt wenn wir von anderen zu machen die anderen typen ankommen wir wurden ja von denen dadurch wussten ja noch alles klar ok ok also los kommt jetzt jemand ich werde nur jemand so stöhnen wo denn ok kann uns irgendwo ein bisschen was doch wohl in der munition oder so wo wir rein bist du abgesperrt ne wow alter man was ist denn das ein hartnäckiger typ los schießt komm dies so na komm mach auf ich erledigt jeder irgendwas wir sind so am arsch wir haben noch ein kraut wow nachladen wo wir haben sogar magne munition bekommen ist aber sehr nett wo haben wir den typen erwischt hier ist noch ein paar kisten die wir kaputt treten können schießpulver und hier seht das wenn wir was herstellen wir können nur lenkanate herstellen aber das ist der quatsch ok das sind wir zu schluss und zu hause rein oder hier hat er doch eine knarre und er hat mich damit getötet scheiße der dick habe ich getötet hey mann na guti Hören wir mal hier an der Stelle auf. Danke, dass ihr dabei wart, auf jeden Fall. Ja, müssen wir mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Das ist halt ein bisschen schwierig jetzt, weil wenn der Dicke von da kommt, da müsste ich doch theoretisch einfach nur auf die andere Seite rennen. Aber da sind so viele gewesen gerade und der hat ja auch auf uns geballert. Naja, wird schwierig. Das sind ja so Kämpfe gegen Crowzons, wo er ja lächerlich gewesen ist. Und ich habe einfach zu viel verballert vorher, ich weiß es nicht. Wir gucken mal, wo wir dann beim nächsten Mal weiter sind und wie weit wir noch kommen. Also Kapitel 15 sind wir jetzt aktuell. und bald müssen wir es, denke ich, auch durch haben. Guti. Dann würde ich sagen, macht's gut. Bis dann. Euer Damir, Vicky Bärenkoate.